Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Together Minecraft. What's up? Minecraft. Muss bauen. Muss bauen. Bauen. Bonus aktiviert. Aber erst Faculti-Becken. Oh mein Gott, oh mein Gott. Das ist heiß am Hintern. Ja, schön, dass ihr wieder mit dabei seid, liebe Freunde. Jetzt fragt mich mein Windows gerade, ob ich die Einrastfunktion aktivieren möchte. Ich nicht. Ich hab mich wieder rumgespielt. Ja, ich will gerade noch eine vernünftige Begrüßung machen. Wir freuen uns heute wieder sehr, dass ihr mit dabei seid. Echt? Naja, ich zumindest so ein bisschen. Ja, dann ich natürlich auch. So, dann gucken wir mal kurz, bevor ich jetzt irgendwie Materialien holen gehe, schnacken wir doch nochmal ein bisschen kurz, was wir machen wollen. Ich würde sagen, wir machen heute mal am Rathaus weiter, und zwar die Inneneinrichtung. Ja, es geht jetzt weiter Richtung Rathaus, Marktplatz, sowas. Da, schaut mal, heute mal ein bisschen dran wurschteln und machen. Genau, gerade jetzt, weil ja der Teppich endlich da ist, ist das, glaube ich, ganz gut. Jawoll. So, was wollen wir... Uh, ja. Das mit den Chunks und dem Multicore hat sich übrigens voll gelohnt, liebe Freunde. Ich weiß nicht, ob mein Rechner das nicht abkann, aber ihr seht, was dann passiert. Kannst du durch den Boden gucken? Ja. Cool. Und das sogar ziemlich, ziemlich weit. Das ist aber eigentlich ganz interessant. Ich nicht. Was ist denn da unten? So, vielleicht mache ich das mal kurz wieder aus. Moment, das dürfte ich jetzt mal eben mit ansehen. Ah, jetzt geht's wieder. Ja, jetzt haben die Chunks nachgeladen. Äh, vielleicht lasse ich das mal lieber so. Ja, das sieht doch irgendwie vertrauenswürdiger aus. Aber jetzt habe ich bloß noch 35 Frames. Das ist nicht gut. Na, wobei, 35 reichen eigentlich. Ja, 30 passen. Also, alles, was über 30 ist, ist gut. Ja. Da freut sich das Auge. Alles, was unter 30 ist, da sagt das Auge, alter, du Arschloch. Lecko mio. Aber vielleicht stelle ich es trotzdem mal im Wiederumoment. Irgendwie nervt mich das auch ein bisschen. Nein, nein. Ja, ladies and gentlemen, das ist live. Sie sehen alles in Farbe. Es will nicht höher gehen. Hm, naja, ist eben so. Egal. Scheiß drauf. Uah, da steht ein Kinderhühnchen. Scheiße. So, okay. Kinderhühnchen, ne. Dann hier drin. Wir müssen auf jeden Fall ein bisschen Teppich auslegen. Wollen wir da auch roten, Neb? Einen roten Teppich habe ich nicht da. Da müssen wir färben. Ich glaube, ich habe noch ein bisschen was. Also, dass wir so ein bisschen Teppich auslegen, so in Richtung dieser beiden Tresen, wo man ja hier den Empfang hat. Ist, glaube ich, gar nicht so verkehrt. Ja, rot und gelb sind ja eigentlich so Herrschaftsfarben irgendwie, oder? Ja, gelb habe ich definitiv noch. Das kann ich dir sagen. Okay. Dann gehen wir da erstmal was holen. Haben wir eigentlich Sättel? Was, Sättel? Ja, dann könnten wir uns da auch nochmal so ein paar Pferdchen holen. Achso, Sättel. Ich habe Säppel verstanden. Säppel? Hä? Na, der Säppel bin ja ich. Was bist du denn für ein Depp? So, schauen wir mal. Ich kenne mich ja bei Yubi auch aus. Ich weiß, wo sein Dager ist. Das mache ich jetzt mal leer. So, alles weg. Alles weg. Nehmen alles weg. Nehmen wir da. Da ist eine Kohle drin. Da ist auch unwichtiges Zeug. So, Wolle habe ich. Eine Menge weiß. Eine Menge rot. Pink. Und gelb. Nehmen einfach mal alles mit. Ja, nehmen einfach mal mit. Genau. Jawoll, Meister. Was kann man denn noch mitnehmen? Habe ich noch ein paar Tonkrüge? Ja, die habe ich auch noch. Ich nehme einfach jetzt mal so ein bisschen Deko-Material mit, dass wir uns jetzt erstmal ein bisschen mit dem Rathaus von ihm beschäftigen. Ich glaube, das ist eine ganz gute Idee. Ich habe Knochen dabei. Die kann man dekorativ in den Ecken zu stapeln auf. Stapeln? Stapeln. Es regnet. Yay. What the fuck. Yay. Herzlich willkommen in England. Wie immer. Das ist ja mal was Neues bei uns hier. Ja. Wir brauchen, glaube ich, noch ein bisschen Holz und sowas. Hast du da noch was auf Lager oder müssen wir nochmal losgehen? Ich habe da noch was vor der Hütte. Ja, kein Problem. Sehr gut. Bei mir ist das halt echt knapp. Eiche, Truppen, Birken. Ist mir einfach eigentlich egal. Ich habe sogar noch ein bisschen Fichte. Ja, das ist eigentlich Wursch, denke ich. Ich packe einfach mal ein bisschen was ein, so. So, da, da. Ich habe auch noch ein bisschen Sandstern dabei, wenn es ist. Ja, Melonkerne könnten wir irgendwann auch nochmal anpflanzen gehen. Ja, das hast du ja ausgegraben. Hast du ja was gerettet. Ja. Aus unserer epischen Minentour. Ich bin so depressiv. Verstehe ich gar nicht. Gut, dass ich nicht aufnehme, weil sonst würdet ihr sehen, was Bekannte von mir spielen. Ich glaube, ich habe es ihm auch noch an. Glaube ich. Ja, aber du hast zum Glück keine Freunde. Außer mir. Nee, wenn Ascandra zum Beispiel was spielt, dann würde ich es jetzt auch sehen. Ja, ihr kennt ja Ascandra. Wenn Ascandra jetzt was spielt, dann könnt ihr inflamen. Genau. Schreibt ihr eine Bitch. Du bist voll der Noob. L2P. Nein, schreibt das nicht. Das ist gemein. Das macht man nicht. Man ist freundlich zu sein mit Menschen. Das gehört zum guten Umgangston. Definitiv. Außer Zubalas. Ja, außer Zubalas. Zubalas könnt ihr gemein sein. Nein, eigentlich auch nicht. So, Workbench, du kommst noch mit. So, und während es regnet, arbeite ich jetzt drin. So. Dann wollen wir uns mal ein bisschen ans Werk machen. Ich stelle mal hier einfach die Workbench hin. So, wie war dein Teppich noch gleich? Achso, so war Teppich. Mhm, 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 mhm. So, ein bisschen rot, ein bisschen, ups, ein bisschen gelb. Ich finde, das ist wunderschön geworden. Ja. Tolle Deko. Au, au, au. Du bist ja wie die Schafe. Hallo, ich bin ein Schaf und ich bin zu doof. Mäh. Mach wohl wieder so einen Teppich hier, oder was? Warte. So. Ähm. Oder in der Mitte einen gelben und außen rot? Ja, würde ich vielleicht eher so machen. Warte mal, gib mir, gib mir mal ein bisschen was ab. Gib mir mal ein gelben oder so ab. Das fand ich nicht. Oh, Jubi ist wollig. Oder wie lang wollte man machen? Ja, ruhig bis zum, also ich mach den mal bis. Das war ein fliegender Teppich, ich hab's genau gesehen. Ja. Mach das Ganze mal eben, äh, bis zu den Tresen hin hier. Okay. So, schluck Bier. Prost. Cheers. Hab leider keins mehr. Soll ich in die Küche gehen und mir noch eins holen? Bitte. So, stirb. Workbench. Verrecke. Wie viele Workbenches haben wir hier hingestellt? Viel zu viele. Ja, schon wieder ein Fliegerteppich. Warte mal, lass mal, lass mal. Ich bin der Aladin. Aladin. Jetzt John Rambo, Aladin. John Rambo, Aladin. Aladin. Soll nie klug aussehen. Was, klug? Obwohl, wir haben, wir haben unsere Bibliothek, da haben wir ja Bücher stehen. Warte mal, ich schau mal im Obergeschoss, in den Büros praktisch, ob wir da vielleicht noch irgendwie Bücherregale oder sowas nicht machen. Ja, wäre sinngemäß nicht schlecht, jedoch haben wir keine mehr, oder? Ich hab noch drei da. Kann man hier auch Teppich drauflegen, ja. Aber, drei ist auch so eine beschissene Zahl, irgendwie. So, hier, und da sind die goldenen Bücher der Stadt drin. Ja, das ist doch okay. Das passt auch schon. Kommt wieder auf seinen Platz. Hier, El-Präsident, das bin ich. Du wirst... Ach, El-Grand, da stand doch mal Horst. Ja, das weißt du aber. Was ist da passiert? Ich hatte eine Namensänderung, you know. Okay, alles klar. Dann gehe ich das Schild mal anpassen an deinen neuen Namen. Seppl. Hast du noch gelben Teppich? Nein, das ist der komplette gelbe Teppich, den du mir gegeben hast. Okay, weil ich glaube, wir machen nochmal eben die Zwischenstücke da, oder? Na, da kann man vielleicht... Ich weiß nicht, ob das vielleicht sogar schon ein bisschen viel ist. Oh, ich finde es ganz gut eigentlich. Ah, okay. Dass die Wege eben einfach verbunden sind. Achso, du meinst das so hier praktisch und so lassen wir es jetzt. Ja, genau. Können wir hier, aber warte mal, dann können wir in die Mitte hier hin noch. Moment, da habe ich jetzt... Tü-lülü. Oh, hier liegt Brot. Mahlzeit. Brot für den Ballers. Oh, die Frames sind wieder hochgegangen. Yay. Yay. Jetzt habt ihr statt 35, 36. Nö, jetzt sind sie wieder 55. Alles gut. Okay. So. Irgendwie mag ich das ja mit diesen Pressure Plates da oben drauf. Ich finde, das sieht einfach viel besser aus. Du meinst so Wartereien quasi? Okay, finde ich eine gute Idee. Weil dann ist der Platz da auch... Ups. Ja. Hier sitzen die Überflieger. Genau. Ja, aber das ist so gut genutzt. Dann ist der Platz sinnvoll genutzt. So, genau. Jetzt brauchen wir noch ein paar Bilder. Dann würde ich aber da auch lieber einen Einer drin haben. Hier den epischen Vorhang des Todes. Das Lichts. Das Lichts. Alles ist das Lichts. Das Lichttodes nehmen wir zweimal das gleiche Beziehung wie Kakaos, oder? Das Lichts. So, Moment. Ich muss hier gerade Abmessung machen, so. Na ja, zweimal das gleiche ist irgendwie dumm. Ich hasse Bilder. Danke, du hast mir ein Bild geklaut. Ja. Das mache ich absichtlich. Das liegt draußen vor der Typ. Jetzt kommt wieder nicht das Richtige. Alter, ich... Tut mir leid. Tut mir leid. Danke, danke, danke. Alter Bilderdieb. Jetzt kommt natürlich kein Einzelnes, ne? Ich verfluche euch, ihr Bilder. Wir dich auch. Du Loser. Was? Was hast du gerade hier Loser gesagt? Seid nicht so gemeint zu Juwi, ne? Ja, ich sage es immer schon oft genug. Und wirst du nicht auch noch mit anfangen. Du hast mir aber gesagt, dass du mich eigentlich magst. Ja, das sagst du mir auch immer nur offline. Ja, klar. Ich meine, das kann ich ja nicht öffentlich bringen, ne? Jetzt kommt es ja, sonst kommen hier irgendwelche Gerüchte über unsere Beziehung auf den Tisch und so. Kann ja wohl nicht angehen, ne? So, jetzt kommt natürlich ein Einer-Bild. Aha. Warte mal, wo hast du jetzt ein Bild hingehauen? Achso, da drüben, okay. Huch. Bam, bam, bam. Natürlich ist wieder Nacht. Warte mal. Hier habe ich gerade... Das war jetzt gerade ein bisschen übereilt, Juwi. Ah, okay. Den Fakkel. Dann warte ich lieber noch. Was hast du denn da vor? Ja, dass wir da auch, dass wir einen einheitlichen Look machen, dass wir da auch hier, sag mal... Oder vorne hatten wir ja schon die anderen Dinger drin, hier Holzstämmen, oder? Ja, genau. Ja. Das war da zumindest was Einheitliches machen. Wollen wir da jetzt eine Tür reinmachen schon, oder? Ja, ja, klar. Dass es hier rausgeht. Natürlich, natürlich. Da muss ich gerade mal nur ein bisschen Rohholz sammeln. Hast du noch Treppen da, zufällig? Treppen habe ich noch vier Stück jetzt. Also so Eichen. Zwei würden mir reichen. Kannst du gerade mal auch umstellen, oder? Ja. Äh. Du kriegst auch dafür Treppen. Du hast hier mit harter Arbeit verdient. Ich habe irgendwie keinen Platz mehr im Moment. Scheiße, ich habe zu viel Mist mitgenommen. So, hier, Stirbogen. Ich meine, es ist auch absolut sinnvoll, mit einer Holzachse einen Baum zu fällen, oder? Das hatten wir schon mal. Echt? Hatten wir das schon mal? Ja, letztens. Aber, echt? Okay, cool. Es ist jedes Mal derselbe Scheiß, der uns auch kommt. Ne, das sieht irgendwie doof aus. Oh, jetzt habe ich das Bild abgemacht. Nein, scheiße. Juhui, du Cut-Noob. Was machst du da? Kommst in die Hölle. Bist in der dritten Dimension der Hölle beschmoren. So, hier, der Hund ist doch cool. So, was machen wir da oben? Hier würde ich nämlich jetzt ein bisschen was anderes, ein bisschen anders das Zeug machen. Da ist jetzt vorne, also ist jetzt mit dem Glasblock drüber. Was wollen wir jetzt hier hinten dann hinmachen im Anschluss? Hier? Wollten wir da nicht irgendwie in so einen kleinen Park und dann die Kirche machen? Ja, direkt hier den Durchgang dann in die Kirche, also zur Kirche oder sowas? Ja, aber so ein bisschen weitläufiger soll es schon sein. Also das, was hier, sage ich mal, jetzt noch dieselbe Ebene ist, würde ich eher zu einem Park umgestalten. Nur, dass man da eben so ein bisschen größeren Park hat. Und dahinter würde ich dann hier so auf die ein bisschen tieferen Ebenen dann durchaus Zeug machen. Ich habe gerade, glaube ich, eine Idee. Wie wäre es, wenn wir hier so ein bisschen den Gang noch machen? Das weiß ich, bis ungefähr auf die Höhe hier, sage ich jetzt mal. Also hier bis zum Anfang vom Baum ungefähr. Dann hier nach links und nach rechts in den Ausgang. Hier dann praktisch so ein Anfang zu einer kleinen Parkanlage. Okay. Also dass man hier praktisch einen abgeschlossenen Gang noch hat, der dann hier in den Park führt praktisch. Kann man machen. Und vielleicht zum Ende hin auch ein bisschen offener gestalten, so wie so ein kleines Pavillon. Doch, ich glaube, das ist eine gute Idee. Ja. Ich glaube, ich habe da ein Bild dazu bekommen. Okay, dann, also es klingt auf jeden Fall gut. Ja, es klingt auch nur gut. So scheiße heißt es. Aber egal. Wollen wir das hier hinten nach der Treppe mal so ein bisschen absperren? Weil, dass man nicht ganz so in den Personalbereich geht. Ja, hier an der Seite dann, oder? Also hier so irgendwie so mit Clean Stone ein bisschen absperren. Warte mal, nicht mit Clean Stone. Sondern mit diesen hier Ziegeln. Steinziegeln. Und da eine Faltkreppe zwischen? Äh, das geht nicht mit dem Knopf. Ich würde einfach eine Falltür zwischen machen. Achso, hier meinst du. Okay, achso, so meinst du dann, okay. Das ist quasi der Personaleingang. Jetzt kannst du das mal auf der anderen Seite auch mal machen. Jo, hast du Falltür noch? Äh, nein.